Hallo, hier ist wieder Caps Supernova. Uns erreichen Meldungen über den neuen Pixar-Film Elemental. Es ist ein neuer Trailer da und den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Viel Spaß! Pixar Animation. Boah! Element City. Das ist schon mal das Element... Luft. Erde. Oh, die sind ja lustig, die Er... Wasser könne lustig sein. Es wird eingesaugt in den Schwamm. Aber Feuer ist schon... Ich wollte gerade sagen, was ist denn das Feuer in der Welt? Aber dass da nicht alles verbrennt, muss das dann feuerfest sein? Also Elemente können sich nicht vermischen. Es ist logisch, dass das Wasser... das Feuer ja löscht. Da lass mich raten, die zwei, die... die verlieben sich bestimmt, aber das ist... einfach unmöglich. Diesen Sommer... Boah, die Optik ist wieder gigantisch. Die Optik... Oh! Also Wasser gefällt mir schon extrem gut. Das erinnert mich ein bisschen an Planet Cobra. Oder Bob. I've been trying to fill my father's shoes. But I never once asked what I wanted to do. Ready to get live. Out of your element. Those are too hot. I want hot food. Das ist Wasser weg als Bomben. Look. Ey. Elemental. Am 16. Juni im Kino. Ja, diesen Sommer, 16. Juni, ihr habt es gesehen, 2023, Elemental im Kino von Pixar. Ich bin sehr gespannt. Ich bin immer wieder überrascht über die neuen Ideen, die Pixar so raushaut. Also Soul war ja schon sehr gewagt und auch sehr beeindruckend. Mit Elemental bekommen jetzt die Elemente, also die Grundelemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Persönlichkeiten. Das schreibt er geradezu danach. Natürlich auch Kip Supernova mäßig auch wissenschaftlich ein bisschen so unter der Lupe genommen zu werden. Weil, und ich möchte jetzt ein winzig, klitzekleines, weil ich nicht spoilern, in den Kip Supernova Romanen, Geschichten, meiner Story, wird es auch um die vier Grundelemente gehen. Aber das ist noch ein Geheimnis. Also alle, die dieses Video jetzt gesehen haben, wissen schon mal von einem Grundgeheimnis meines Erzfeindes, also von Kips Erzfeindes. Und ja, aber wir bleiben bei Disney Pixar Elemental. Bin gespannt. Werde das, ich habe gedacht, ich werde vielleicht extra Videos machen und guckt auch unbedingt in meinem Blog vorbei. Entweder auf planetbub.space oder Kips Laboratory. Alle Links in der Verschreibung. Wo ich regelmäßig auch zu Theorien raushaue. Wo ich dann mal zu jedes Element, also als Team Character, jeden Elementen Charakter mal einzeln unter die Lupe nehme. Das soll es auch gewesen sein. Ich freue mich. Ihr freut euch bestimmt auch. Ich wünsche euch was. Bis, ja, wir sehen uns dann beim Splatfest. Team Alien. Gut, das war es auch jetzt. Kips Supernova over and out. Das war es auch jetzt.